Hi, willkommen auf meinem Fan-Style-Channel. Ich habe jetzt ein Tutorial gemacht für Disziplin Reiten. Hey Poldi, bist du auch schon da? Reiten ist eine Disziplin von den Olympischen Sommerspielen und genau deswegen habe ich dafür jetzt einen Fan-Style kreiert. Ja, man sieht es ja auch schon, alles so ein bisschen im Cowboy-Look, aber auch natürlich eine schöne Frisur dazu, die auch super ohne Hut aussieht. Wirklich, überzeug dich selbst. Ich zeige dir das alles in dem Tutorial. Schau dir Teil 1, Teil 2 und Teil 3 an und dann kannst du es ganz leicht nachstylen. Und Poldi und ich wünschen dir jetzt viel Spaß dabei. Also, viel Spaß. Woo, das ist aber schon sehr cool an Ort und Stelle, wo ich jetzt direkt das Make-up mache und du dabei bist. Hier male ich Pferdeköpfe und die aber in den Olympischen Farben. Ja, und hier kommt dann noch ein kleines Bildchen hin, wo man einen reitenden Smiley sieht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, da steht das Pferd dann einfach mal so in Heu drin bis zu den Knien. Bei den Augen mache ich den Braunton drauf, gemischt mit hell. Und die Lippen umrande ich jetzt rot mit einem Lip Liner. So sieht's aus. So würde ich das Fan-Make-up schminken, wenn ich die Disziplin Reiten liebe. Und ich liebe es übrigens. Also wenn du jetzt wissen möchtest, wie ich die Haare gemacht habe, dann wie gesagt, schau dir unbedingt Teil 2 an. Da zeige ich dir, wie das funktioniert und wie du mit kleinen Tricks zum Beispiel auch hier so schön viel Volumen kriegst, beziehungsweise so einen Hinterkopf. Und wenn dir das Make-up hier jetzt gefallen hat, dann lass mir doch einen Like da, einen Daumen nach oben und teile das Tutorial mit allen anderen Reitfällen. Bleib dran und schau dir Teil 2 an.